die die jahre meine freunde er hat sich gekommen hier auch die soll tatsächlich ihr seht richtig fortwärtig ich bin normalerweise nicht so ein fortwärtig aber gut wir haben es mal probiert und ich habe es mal probiert und die jungs haben mich da so ein bisschen mitgezogen seht ihr gerade hier im Hintergrund auch das Gameplay von Yannick gerade, wie er wirklich klatschen muss ja, die erste Runde, die ich mit den Jungs Fortnite gespielt habe, die hat nicht so gut geklappt ja, da musste ich erstmal so ein bisschen ein Spiel reinfinden da seht ihr gerade hier eben jetzt den Klatsch von Yannick gerade im Hintergrund und die zweite Runde ging ganz schön besser, ja, die wird auch in dem Video jetzt hier, ähm, volle Spiellänge mit drin sein, könnt ihr euch anschauen und davor gibt es eben hier noch den Clip von Yannick, viel Spaß und wir sehen uns, haut rein, viel Spaß ja, nice, nice, oh mein Gott oh, nice, alter was echt noch kärzen, ne ich hab nicht auf die Zunge geahnt, oh shit, alter, ich zum Glück hatte den Minis oh mein Gott, ey nice, good round oh, mein Herz, alter zwei Kills, oder? ja ich hab zwei ich hatte zwei ich hab glaube ich sieben Items aufgenommen ich weiß nicht, dass ich weiß diese Mutter gejumped 5 HP, alter ich hab einen heftigen Hit bekommen ich hab aber 5 HP einer konnte es runter zu dir oh, habt ihr, äh, einer hat ein, äh, hunderter Hit ja, der hat mich wahrscheinlich nee sauber alter, Lukas, hörst du mir eigentlich zu, wenn ich rede? ich hab einen Spaß hm, wo bist du, du keck, alter, komm her, ich hol dir auf die Fresse oder ich find's so gut, dass es jetzt automatisches Laufen gibt genau das geht's halt lange fuckt voll ab, alter hey, nö oder doch, willst du stehen bleiben, läufst du einfach weiter ja, GP, danke dafür ja, du musst einfach nur nach hinten drücken, fertig ja, hab ich kein Zeit für, alter, ich muss bauen oder ich hab gar nicht dafür da die Dinger kaputt zu machen, weil der hat ja eben einen Schuss gemacht ich hab gar nicht für Distanz, Lukas, das stand sogar in dem Ding drin ja, komm her ach, Manni geh wir hin? geh wir hin? da mami crazy growth oder fettelfields ok fettelfields gehen wir hin? ich markier das auch, weil ich's kann haha die sind raus? ja die sind schon raus komm her Dave, du musst dich in unsere Richtung fliegen du kannst direkt Richtung fettelfields du musst dich hin ok ok du musst dich in die Richtung fliegen hier unten bei der Farm ich flieg zu den Morin hier nur mit einer Waffe und dann fick ich alle ja, auf mich ist ein Sphere-Scot bei dir und du stirbst doll nnnn niemand wünscht man den Tod ah ah ja doch, dir schon hey, da ist doch ein archäologisches Forschungsdienst alter hahaha bin ich gar nicht lustig das ist wirklich no go, alter echt so und dann kann ich ja noch steuern, ne das ist ein no go das ist ein no go das ist ein no go traktor, alter traktor das ist immer die Person die kein Englisch können, kennt ihr die? ja, wie heißt die nochmal? Lukas mach dich weg du dickes Ding mach dich weg halt's im Maul, ich bin jetzt zuerst gelandet hier ist keine Waffe, Mann was vom Wunsch ok, ja schon das ist ja gar nicht doch, da liegt ne Waffe ja, Mama ja, selber der Waffe ja, selber der Waffe warte, nein warte, nein schatzruhe ja, geile schatzruhe yeah ultimatives Zerstörungsgewehr steht da was ist das gar nicht? was ist das gar nicht? was ist das gar nicht? ein repetiergewehr was ist das? Jackdgewehr boah ich guck das an jetzt hat ein Jackdgewehr ist wie ne Sniper nur ohne Visier schi, schi, alter scheiße ja, repetiergewehr na, so scheiße ist sie gar nicht ich find die so kacke die hat so kacke so scheiß fliegt halt kacke das ist so die kacke für das ist ne ah, ich hab ne Armbrust schön, die Armbrust ist wichtig nein, die Armbrust ist scheiße das ist auch eine Intuition, aber taktische Schrotfilter das ist genau mein Ding äh, liegt das Lidernis ey, ich durfte was Lidernis vergessen was hab ich dir gesagt? das kann so die Eiche retten Eiche? ja, dann hätte ich nicht Lukas reinrennen müssen Lukas Jack benutzen müssen und fast noch gestorben am Ende ja ja so ne Ehre, man nachts haben die Leute für Autos hier, alter man kann nicht wissen, wie die Bewohner aussehen wenn die Autos schon so aussehen der macht sich über was Gedanken, ey ich find's voll geil, hier mit so Grill und so am Start war hier schon jemand drin? äh, ja Alter, dann geh ich wieder raus das ist schlecht aber hast du ne Schumgewehr, Dave? wahrscheinlich schon, ne? ich bräuchte auch mal einen Schumgewehr ich hab keinen Schumgewehr ich auch habt ihr überhaupt was? warum ne Scheiße? Armbruch ich hab Fiste gefangen ich schick den Schumge ich spiste die jetzt alle hast du beschossen? nein, ich hab gestoppt war das? ne, ich muss immer noch austesten nein, nein wir beiden schieße ich auch immer weil die Runde anfängt danke kein Ding kann man hier reinhüpfen eigentlich als ob ich hier überall gelootet hab und da ist nix mit nem Start ist ne Tricks wir haben jetzt so ne fette Lukas Lussi von mir ich hab kleine Schildtrinkel ich komm jetzt hier nicht mehr raus scheiße man guck mal wechsel mal auf die Spitzhacke da kannst du alles gut die alles mit abbauen ey 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 ich tu bloß der Ungern die Ungern die Ungern zerstören hier da liegt's rein ich hab gesehen dass du grad einen Abgrund werfen wolltest hier liegt da nur Muni rum ne? hier liegt da nix gescheites boah der Baum der Wald ist voll die Oase hier alter ich chill ich Lagerfeuer und so und dann erst mal das Mädchen betrunken machen und dann erst mal ne? da ist ne Korzell ach dieser weiße Ring mit dem Pfeil heißt grob wo das nächste Ding ist oder? der nächste das ist die Zone da musst du rein ja man das ist der kürzeste Weg in die Zone schwarzes Baytools ist da unten da ist eine Treasure Chest oh ein Ziegelstein und einen Denkungsraum hast du mal einen Lama gefunden? äh oben auf dem Turm ist was grauset äh nördlich aber wir sind wieder da wo wir gefunden waren oh ne ich bin voll die Wechsel mal ey neule Stimmung gewährt Jakok alter nicht so ja ist aber das ist schon gut und macht mir nicht schaden äh rechts wird gebaut ähm 30 guck mal her komm hä warte ich hab noch nen kleinen warte ich hab kleine 700 ich hab die kleinen trink 2 kleine achso das gibt's denn ich hab da noch einen will jemand und erst zwei und erst zwei den einen und dann die groß bist du mich 100 und nimm dann die kleinen wieder mit ah sind die bereichlich noch ja Lukas könnte ich ja weiß ich war noch welche ja eben scheiße scheiße und was fick dich alter jetzt reicht's ja aber langsam wir sind ja so böse hier kannst du ruhig mal helfen auf dir abzukommen aber ich hätte das nicht nur noch heute ich werde angehätet Da ist ein Typ, Mutti! Da kommt noch einer, Jungs Wir pushen Da kommt einer, beim Stein Angehittet Beide down Ich will die mal, darf ich die mal? Ja, aber das ist nur ein Hitler Oh, ich bin immer komplett überfordert, in den ganzen Mund-Scheißen Ich will ja auch eine Desert Mann Hat irgendjemand was besseres als eine Ambrust? Liegt überall was, willst du dich verarschen? Ja, ich hab ja schon eine Shotgun und Dings Dave, komm her Dave, die Ambrust liegt hier, falls du willst Ist so, Dave hier, gönn dir mal das Medikits Warte mal, dann nimm ich zuerst die Kleinen am besten, oder? Hat ja auch noch Nein, das ist egal, Medikit ist nur noch Medikit ist direkt auf 100, ist egal Ja, ich hab's nimm mega für Kleine noch Dann kann ich lieber lieber das Ja, ist egal, du meinst mal Dings Du bist voll Mann, du bist in meiner Brust Du bist in meiner Brust Achso, jetzt hab ich's verstanden Ähm Warte, du bist grad Lukas? Ja, ich hab' los Hält sich krass an, ist aber scheiße Also ich find's hier Vielleicht faszin nur Warten im Moment Man kennt den Shotgun Und die Shotgun sofort, ne? Oh, die ist ein Abgrund Ich bin immer ohne Waffe rumlaufen Oh geil, wir sind wieder drin Nice Ja, was soll ich machen? Warten? Ah! Ich bin leider nur Schatz, deshalb Was hast du denn nur? Das hat die Gebeste Wollen wir denn schießt? Lukas, glaube ich, wir haben sie gern neu Ja, das ist so geil Da schießt jemand! Wenn ein Lukas Soldat wäre, würde man seine eigene Mates töten, weil die geschossen haben Alter Dann haben No Scope Headshot Äh Da ist Ena Da ist ein Guy Der sieht uns aber nicht Er hat Hitsch Easy Der arme Kerl Hat mir direkt geschrieben Boah, du bester Spieler bist du Er dreht sich nach rechts und denkt sich so Äh, ne Hä Er zieht so 15 Leute Ähm, Jungs, wollt ihr nicht auf mich warten? Nein Nö Weil wenn wir bei denen der Nägel geschießen Schaust du dir eh ein Fickt euch, Alter Ich spring runter und hoff, dass der Fallschirm aufgeht Ah, bist du lustig Dankeschön Nicht vorne, Junge Lul Hä, du musst einfach mal gut kontern, Lukas Zum Beispiel Ich spiel keinen Fortnite, solange ich mein Skaffen nicht hab, Mama Meine Hände tun dann weh Das hab ich nicht Ich hab nicht gesagt, meine Hände tun dann weh Ist doch egal, man muss einfach dazu sagen Alle anderen lachen da ne Party Und derjenige, der verarscht sich gar keine Skaffen Ja, hast ja gemerkt, dass keiner gelacht hat, ne? Ähm Er wusste es nicht, welchen Zusammenhang Hä, weil er vor... Oh Gott Okay, aber die fehlen die Basics und wie man es vor Fortnite ohne Skaff ist wie Keine Ahnung Pizza ohne Belag Mach keinen Sinn Schoki Da ist einer bei den Bäumen Da ist einer bei den Bäumen Zwei vor mir Ah, Mann Ich hab den so geduldet Das ist One-Shot Noch einer dritter, Janik Oh, da kommt noch einer Nochmal Hits, nochmal Hits, nochmal Hits Unter dir ist direkt einer, ne? Direkt unter dir Ich hab nur noch 19 Habtäge Das ist natürlich Einer, da ist Rick Unter dir Naja Habst du? Okay Ich hab einmal ein 17er Hit und einmal ein... Ah, ich hab so eine golde Pumpe Habt ihr drei gemerkt? Da war da drei, ne? Da waren drei Ich weiß nicht, einmal hab ich ein 73er Hit gegeben Aber ich glaub der erste Hit war auch wieder nur 17 Das waren die ersten zwei gelaufen, er kam nicht Hat er irgendwer Minis von denen? Oh, abzelt der Teil Rainbow Six runtergeladen Ja, ich hab... Ich hab Minis Kannst du mal Minis geben? Ein bisschen so Na da Ich bin hier oben drauf Ah, ich hab nur zwei Ja, bitte, dann gib ihn Um uns eben zu sehen, wie ich das überlebe Dann fress das Medik Und Dave? Hier Mediklitz Ja, dann fress mal das Mediklitz Sollen wir zum Airdrop? Wir haben noch sein, ähm... Ja, kann man machen Obala Loll Ja, jetzt... Brauchst du das jetzt... Ey, ihr seid solche... Wieso Gott? Du hast doch selber rumgeschossen Das ist die ganze Zeit Wenn ich R2 gedrückt halte für... Für... Medipack Und das dann fertig, ich schieß da sofort Wegen R2 Darf ich den aufmachen? Mh... Ja, ist mir da ja Aber auch bitte jetzt... Jetzt... Tschack, 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 Alter Ah... Das ist eine Operation Sind er drauf immer Gold drin oder was? Nein... Kann auch die da drin sein Äh... Aber meistens hat Gold Dann bin ich oft Wenn das nicht immer Gold ist Nein... Kann ich mir noch was ausprobieren? Ich erschreck nicht, ich schieße jetzt Wer hat wirklich geschossen? Mh... Mh... Wie ist vorbar... Du kannst auch mit diesen Shotgun-Trick machen Da kannst du halt... Weißt du... Mh... Hinten ist einer bei diesen Depots Jungs Richtung Westen Drei Leute Drei Auf den Dächern Und einer... Äh... Genau... Ja... Ist Bescheid, ne? Mh... Loll Man Razor schießt einfach Let's go Hey, das ist ja ein Bunker hier Oder was ist das? Oder eine U-Bahn-Station Was ist denn das? Loll Da ist ein Tschack, Tschack Jaaaa Hab ich gern gemacht Gib mal den Schildtank Gib Dave den Tschack, Tschack Achso Was ist ein Tschack, Tschack? Dann nehm ich den Die Gold ist einfach nicht mehr nehmen, oder was? Ich hab eigentlich noch Hey... Was geht ab? Was ist Tschack, Tschack, Mann? Das ist der Schild... Das ist der Trank mit 100 Leben, 100 Schild Gibt jetzt hier Scharfschutz und wieder golden Oha Was von Leben ist halt einfach, dass... Dass das 13... Und die 15 Sekunden dauert, oder? Oder 13? Ja Jungen, da waren drei Leute, ne? Knurre die Information Ja, aber irgendwer ist auch eben gestorben Na und? Das sind fünf Leute Und ich seh keinen Oh, oh! Boah, danke für die Treppe He! Mir hat's uns mein Arsch doch zerknischt, ey Du kriegst wieder nur noch... Äh... Sechs andere Ja, das sind vier und zwei hunderts Da sind vier und zwei hunderts Ähm... Südwesten... 210 Einer hat nen Hit So, und noch einer geflogen Einer aus... äh... ausgenommen Oben auf dem Brass ist der Po Alter Easy, Alter Gar kein Problem Gern gemacht, Geist Ich rumge noch Scharfschutz und wieder... Oh ne, da ist die Wektion, ist schon shit Fällst es noch einmal Junge... Ich treffe der Sniper gar nichts Ja, das liegt aber nicht an der Sniper, das liegt an deinem Aim Du musst vermengen Ja, ich weiß Kann ich knapper nix dafür Hier unten liegt Loot, West EU, Alter Und so, ne? Jo, Dave, was machst du da hinten? Gehst du ein paar Leute? Ich bin gerade nicht... Die ist runtergejumped Fünf HP, Alter Easy! Ich hab einen heftigen Hit bekommen Ich hab 5 HP Einer konnte es runter zu dir Oh, habt ihr... äh... einer hat einen 100er Hit Ja, der hat mich wahrscheinlich Nee Aber... Rechts müsste noch... Weil es müsste noch weg sein Ja, ich sehe Alter Ich nehme doch als Zene geträgt, Alter Nein, der pusht mich endlich Ich bin zu liebisch Der ist... der ist bei 165 Hätte er den ganzen... Ja, ich hörte ihn die ganze Zeit, aber die haben mich hier voll... äh... Ding, Alter Ja... Aber die ist auch so schön Aber die ist auch so schön Ja, der ist auch so schön Einer ist ausgenockt, rechts von uns Headshot Sind sie unten oder oben drin? Der war oben drin, ist aber glaube ich oben rausgegangen Und der kriegst allerdings... Ja, ja... Habe ich... Noch einer... Sein Teammate... Ich glaube der war... der war doch bei Dave, oder? Ja, der ist bei mir... Der ist bei mir... Der ist da unten... der ist da unten... der ist da unten... der ist unten die Rampen... Habe ich... Hä? Ach, ach... Oh, lol... Wer ist denn raus? Ach, hier ist nichts raus Ja, hier ist rausgeflogen Ah, ok Schnell mal ein bisschen Loot abgreifen... Schöne Raketen werfen... Wo? Der ist im Osten Oben auf dem Dach ist er drauf Der läuft direkt über uns... Mh... Der letzte, oder? Ja Ja... Habe ihn Nice Sauber Nice, nice, nice LOL Sagt der nächste Sieg? Mhm Mhm Weiß Jungs... Ich schaute 1 Kill... Wie klärt ihr? 4 Mal! Ich hab sie gefickt! Ich hatte 4... 4 oder 5 hatte ich Ihr habt sie gefickt! Hab ich sie... Ich hatte 5 HP, 2 Leute überholt, Alter Ich hab 2 Headshots ausgeteilt... Richtig geil Ich hab 3 ausgeteilt Bist Clarke Bist du kaltOME Acht 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 Acht